Baby Bär? Wo bist du? Hat du dich da eingekuschelt noch mal? Ja? Bist du heute ein Langschläfer? Hallo, guten Morgen. Der Tag hat schon angefangen. Ja. Alles klar bei dir? Hm? Ja, wollen wir mal aufstehen? Sag mal, was ist mit dir los, hm? Baby Bär Langschläfer? Was fühlt mich die Maus, hm? Hast du verschlafen heute Morgen? Was war denn das eben? Und das ganz Eingemummel da hinten? Papp, 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 papp. So. Frühstück drin, kommt noch ein Kacki raus? Irgendwo so quer auf dem Schreibtisch? Nee? Nur Kacki-Position? Du bist mir ja eine Wuselwurst. Ja. Einfach verschlafen. Es ist schon sieben, mein Schatz. Ja, da guckst du, ne? Genau. Der Tag hat aber schon sowas von angefangen. Ja, ja. 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 Sheila geht jetzt mal kurz in die Küche, ja? Einen Kaffee kochen und so weiter. Ja, ja, ja. Für mich, nicht für dich. Du hast jetzt dein Frühstück schon drin. So. Dann hopp mal. Vielleicht gleich mal auf die Stange. ein bisschen Stangen üben drehen, machen und so Muselwurst so Mickey Maus ja ok bin gleich wieder da schüttel dich mal schüttel mal deine Schlaflöße raus du Pennbacke